ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barkhaft so eine weitere folge die sich um einen generalfeldmarschall dreht wir haben ja schon einige bearbeitet heute geht es um den generalfeldmarschall georg von küchler der war natürlich auch so ein bisschen durch unsere berichte und geschichten die wir hier vortragen aber so richtig stark mit diesem generalfeldmarschall habe ich mich auch noch nicht befasst muss ich kurz mal ausholen als wir damals zusammen saßen und beraten haben wollen wir persönlichkeiten des dritten reiches vorstellen oder auch nicht hatte bennie die idee dass wir mal die einzelnen generalfeldmarschalle beäugen und was darüber machen wenn er hat sich dann das vorgenommen und wie gesagt alle berichte die in diese richtung gehen oder ich sag mal berichte sind es ja weniger sondern einfach mal so ein auszug aus dem leben und wirken von diesen personen kommt natürlich von bennie und ich war am anfang tatsächlich skeptisch aber mittlerweile finde ich das wirklich richtig gut weil da erfährt man wirklich 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 also man erfährt sachen die man natürlich vor nicht gewusst hat dementsprechend ist das auch hier wieder der fall was viele von diesen männern ich sag mal gleich haben dass sie irgendwann alle abgelöst worden sind weil sie anscheinend unfähig waren den job zu erledigen der ihnen zugedacht war ob das wirklich so war oder ob das andere probleme waren mit der obersten führung der streitkräfte das wird sich auch in diesem video herausstellen noch der vorrede wie gesagt von bennie geschrieben und von bennie geschnitten general feldmarschall georg von küchler los geht's so leute dann legen wir mal los also bis zum gegenwärtigen zeitpunkt bleibt georg karl friedrich wilhelm von küchler eine figur die schwer zu erfassen ist der historiker brad smith bemerkte von allen generale feldmarschellen hitlers ist er derjenige der uns am verschwommensten erscheint diese aussage gilt sowohl für seine militärische karriere als auch insbesondere für seine persönlichkeit wie alle hochrangigen offiziere der wehrmacht unter hitler war küchler mit befehlen der ns führung konfrontiert die moralisch inakzeptabel waren schließlich konnte er auf solche befehle nur noch unentschlossen und mehrdeutig reagieren auch hinterließ küchler nur vage eindrücke über seine wirkliche haltung zur ns politik gut fangen wir mal an mit den frühen jahren und dem beginn des zweiten weltkrieges georg von küchler wurde am 30 mai 1881 auf schloss flipsruh bei hanau das war kur hessen seit 1866 preußisch geboren von jugend an wurde er auf eine militärische karriere vorbereitet in einer preußischen kadettenanstalt erzogen wurde er 1901 leutnant bei der artillerie im ersten weltkrieg kämpfte oberleutnant von küchler zunächst als batteriechef an der westfront dann wurde er zum hauptmann befördert und diente bei verschiedenen verbänden als generalstabsoffizier in der zwischenkriegszeit setzte er in der reichswehr seinen aufstieg stetig fort von hitler wurde er 1937 zum kommandierenden general des ersten armeekorps also später die dritte armee und befehlshaber im wehrkras 1 ostpreußen befördert und gleichzeitig zum general der artillerie mit dem ausbruch des zweiten weltkrieges befand sich küchler in der vordersten kampflinie im september 1939 wirkte seine dritte armee bei der eroberung polens mit zwei monate später wurde küchler oberbefehlshaber der 18 armee im mai 1940 spielte er eine führende rolle bei der unterwerfung der niederlande durch einsatz motorisierter verbände und überlegener luftwaffeneinheiten zwang er die hollander nach nur fünftägigen kampf zur kapitulation der höhepunkt des westfeldzuges war für küchler dass die 18 armee den auftrag erhielt paris einzunehmen am 14 juni zogen seine truppen in paris ein einen monat später wurde küchler für seine verdienste durch die beförderung zum general oberst belohnt küchler war bekannt für seine taktischen fähigkeiten und seine effektive führung er setzte seine truppen strategisch ein und konnte so schnelle erfolge erzielen sein einsatz von motorisierten verbänden und überlegenen luftwaffeneinheiten ermöglichte ihm seine ziele rasch zu erreichen die eroberung von paris war ein bedeutender meilenstein in seiner karriere und brachte ihm hohes ansehen ein nach der eroberung von paris wurde die 18 armee unter dem kommando von general oberst georg von küchler nach polen verlegt das als aufmarschgebiet für den bevorstehenden krieg gegen die sowjetunion diente als am 22 juni 1941 das unternehmen barbarossa begann war küchlers 18 armee teil der herrsgruppe nord unter der führung von den generalfeldmarschall ritter von leb die strategische ausrichtung der herosgruppe nord bestand darin durch das baltikum vorzustoßen und leningrad zu erobern nach der entlassung lebs hält küchler das kommando über die herosgruppe nord und leitet damit unter anderem die belagerung von leningrad ein obwohl die herosgruppe nord tatsächlich leningrad erreichte war es ihr nicht möglich die stadt einzunehmen trotzdem spielt die küchler eine entscheidende rolle bei der abwehr der sowjetischen offensive im winter 41 42 und wurde im juni 42 zum generalfeldmarschall befördert doch das glück war ihm bei der belagerung von leningrad nicht holt genauso wie seinem vorgänger leb der deutsche belagerungsring um die stadt wurde ende 43 immer unhaltbarer und schließlich musste küchler am 17 januar 1944 seine truppen zurückziehen es war zu erwarten dass hitler küchler die schuld für das scheitern der wehrmacht vor leningrad zuschob am 31 januar 1944 wurde küchler von seinem posten entbunden und für den rest des krieges nicht mehr eingesetzt es gibt uneinigkeit darüber ob küchler wie die andere feldmarschelle von hitler eine dotation zum 60 geburtstag im mai 1941 erhielt kommen wir mal zur nachkriegszeit und der konfrontation mit der vergangenheit nachdem die amerikaner bayern im mai 1945 besetzt hatten betreute küchler zunächst ein programm der us army für historische studien über den zweiten weltkrieg in garmisch allerdings wurde er später von den amerikanern verhaftet und beschuldigt als oberbefehlshaber der 18 armee und der heosgruppe nord kriegsverbrechen begangen zu haben er wurde vor den militärgerichtshof 5 der vereinigten staaten in nürnberg gestellt und im oktober 48 zu einer haftstrafe von 20 jahren verurteilt die später auf zwölf jahre reduziert wurde während seiner haftzeit musste küchler mit den ethischen aspekten der ns-bewegung und den gräueltaten des zweiten weltkriegs kämpfen als mitglied des traditionsbewussten militäradels stand er vor einer schweren entscheidung entweder die befehle des führers zu befolgen und damit die unmenschlichen anweisungen des ns-regimes umzusetzen oder sich gegen diese verbrechen zu stellen und die konsequenzen zu tragen es ist bekannt dass küchler mehrmals sein unmut über die schlechte behandlung von polnischen zivilisten äußerte insbesondere während die ersten monate des polen feldzuges im jahre 1939 kam es zu heftigen auseinandersetzungen mit hochgestellten ns funktionieren als eine ss brigade grundlos 50 juden erschoss verurteilte ein kriegsgericht die täter zu einer vergleichsweise milden strafe von einem jahr gefängnis doch küchler weigerte sich dieses urteil zu bestätigen da er es als zu nachsichtig empfand er trat mutig gegen ostpreußischen gauleiter erich koch und den reichsführer ss himmler auf jedoch behielt himmler letztendlich die oberhand und das urteil wurde sogar gänzlich aufgehoben trotz seiner auseinandersetzung mit dem ns regime und seinen einsatz für die würde und das leben von zivilisten während des krieges konnte küchler letztendlich nicht verhindern dass das urteil gegen die täter aufgehoben wurde seine rolle als oberbefehlshaber der 18 armee und der heeresgruppe nord brachte ihm den vorwurf der kriegsverbrechen ein und obwohl er nach der haft entlassung 1952 ein zurückgezogenes leben in garmisch-partenkirchen führte blieb der schatten dieser anschuldigungen über ihm im mai 1968 verstarb küchler schließlich und sein leben und seine entscheidung werfen weiterhin fragen auf wir beleuchten trotzdem noch mal die einschätzung zum verhältnis zu adolf hitler küchler stand hitler nicht nur in militärischen angelegenheiten entgegen sondern auch in fragen die das wohl der soldaten und die strategischen entscheidungen auf dem schlachtfelde betrafen als einer der deutschen generale war er zutiefst empört über hitlers anmaßende haltung wenn es um militärische entscheidungen ging insbesondere ärgerte sich über hitlers hartnäckige weigerung seinen herführern einen rückzug zu gestatten selbst wenn die lage einen solchen offenkundig erforderte ende 43 erreichte die frustration von küchler ein höhepunkt als er den führer wiederholt darum bat den rückzug der heeresgruppe nord auf die panther linie also wir reden hier von der linie narva und peipussee zu erlauben doch hitler lehnte sein ersuchen jedes mal ab und nannte küchler sogar ein feigling weil er sich zurückziehen wollte obwohl er doch angeblich die stärkste heeresgruppe an der ostfront befähigte diese konflikte und küchlers mutigen widerstand gegen hitlers militärische politik haben manche historiker veranlasst ihn unter positiven vorzeichen zu betrachten sie sehen in ihm ein general der sich aus moralischen gründen gegen hitler stellte doch diese ansicht wird von anderen historikern angezweifelt der militärgerichtshof 5 in nürnberg vor dem küchler stand verurteilte ihn letztendlich zu 20 jahren haft zusammen mit seinem ehemaligen vorgesetzten leb und elf weiteren angeklagten wurde er im sogenannten okw prozess wegen kriegsverbrechen während seiner zeit als oberbefehlshaber an der ostfront angeklagt die anklagepunkte umfassten unter anderem die hinrichtung von zivilpersonen die verdächtigt wurden partisan zu sein oder diese zu unterstützen küchler wurde auch beschuldigt sowjetische kriegsgefangene zur räumung von minfeldern eingesetzt zu haben ein weiterer schwerwiegender vorwurf gegen küchler war die durchführung des berüchtigten kommissarbefehls vom 6 juni 1941 dieser befehl forderte die erschießung aller politischen kommissare der roten armee die in gefangenschaft gerieten zudem wurde ihm vorgeworfen sowjetische juden aufgrund des sogenannten reichenau befehls vom 10 oktober 41 hingerichtet zu haben dieser befehl sprach von der notwendigkeit der harten aber gerechten sühne am jüdischen untermenschen weitere verbrechen die küchler zulast gelegt wurden waren die tötung von 230 bis 240 patientinnen der irrenanstalt von makajevo im dezember 1941 und die liquidierung von 128 zigeunern in nuvorchef im juni 1942 als er zum ersten mal vor gericht erschienen verwendete küchler eine einfache taktik er bestritt energisch von den ereignissen die ihm vorgeworfen wurden gewusst zu haben oder er rechtfertigte diese ereignisse als legitime kriegshandlung als notwendige maßnahmen im kriege hatte küchler sowjetische kriegsgefangene gezwungen minenfelder zu räumen natürlich nicht hatte er von den morden an hilflosen frauen in der ehrenanstalt von makajevo gewusst in seiner antwort klang küchler fast erschüttert als ich zum ersten mal von diesen anschuldigen hörte war ich sehr betroffen das liegt außerhalb des rahmens normaler kriegsereignisse es berührt meine menschlichkeit zutiefst hat er den kommissar befehl ausgeführt und die hinrichtung politischer kommissare die in gefangenschaft geraten waren unterstützt küchler erklärte unter eid ich habe diesen befehl nie in meinen händen gehalten aber jemals mein büro erreicht hat weiß ich nicht ob und wie meine truppenführer darüber informiert wurden kann ich nicht sagen küchler leugnete nicht dass juden und zigeuner erschossen wurden schwor jedoch dass dies nur geschah weil sie an partisan aktion beteiligt war nicht aus unvernünftigen weltanschaulichen oder politischen gründen hat er partisan hingerichtet nach küchlers auffassung handelt es sich dabei um eine völlig legitime militärische maßnahme da die sowjetischen partisan wie moskau selbst zugab eine echte militärische bedrohung für die deutschen darstellten im laufe der zeit begann die verteidigung küchlers jedoch zu bröckeln bei genauerer untersuchung und vorlage von unanfechtbaren dokumenten aus den archiven des okw und des okh wurde deutlich dass küchler dem gericht nicht die wahrheit sagte es stelle sich heraus dass er politische kommissare ohne gewissensbisse erschießen ließ küchlers aussagen zu diesem punkt wurden immer widersprüchlicher erklärte schließlich dass er keine andere wahl hatte als den kommissar befehl weiterzugeben um nicht als ungehorsamer befehlshaber angesehen zu werden die vertreter der anklage betrachteten küchlers argumente als schön färberei ein weiterer belastender punkt für den angeklagten waren meldungen in seiner eigenen handschrift in denen stand keine besonderen vorkommnisse heute wurden 16 kommissare erschossen das gericht widerlegt auch küchlers aussagen zu den anderen anklagepunkten wie der erschießung von partisan dem einsatz von sowjetischen gefangenen zur räumung von minenfeldern und der liquidierung von zigeunen bei dem versuch die schreckliche episode in der ehrenanstalt von makariewo zu erklären griff küchler zu einer faulen ausrede und behauptete dass die dort untergebrachten frauen ansteckende krankheiten hatten und er seine truppen nicht gefährden wollte als er schließlich zur erschießung von juden befragt wurde brach küchler zusammen er vorurteilte zwar den reichenau befehl aber als die ankläger ihn weiter in die enge trieben gab er zu dass er ein dokument mit einem befehl vorlegen könnte der das gegenteil beweist am ende des verfahrens machte der einst stolze feldmarschall einen sehr bedrückenden eindruck gut versuchen wir das mal in eine moralische verordnung zu bringen manche historiker haben behauptet dass küchler sich der ns-politik nie wirklich widersetzt habe was zu einem gewissen maß an verwirrung führte doch es gibt zwei umstände die darauf hinweisen dass diese behauptung möglicherweise der wahrheit entspricht im juli 1940 erging von küchler befehl an seine truppenkommandeure sicherzustellen dass sich jeder soldat insbesondere die offiziere jeglicher kritik am volkstumskampf im general gouvernement enthalten sollte dieser befehl zeigt deutlich dass küchler die ns-politik unterstützte und keine opposition dagegen zulassen wollte es scheint als ob er die durchführung des volkstumskampfes als notwendige maßnahme ansah um die völkische lösung zu erreichen ein weiteres indiz für eine fehlende opposition gegen die ns-politik findet sich in einer mitteilung von küchler an die divisionskommandeure der 18 armee im april 1941 in dieser mitteilung betonte er dass zwischen deutschland und russland ein tiefer weltanschaulicher und rassischer abgrund bestehe und dass das ziel daran liegen müsse dass europäische russland zu vernichten diese aussage zeigt dass küchler die ideologie des nationalsozialistischen regimes teilte und bereit war die ziele der ns-politik mit gewalt umzusetzen diese beiden aussagen werfen zweifel auf ob küchler tatsächlich ein mutiger widerstandskämpfer war vielmehr scheint es dass er seine position als hoher offizier im ns-regime genutzt hat um die politik der unterdrückung und vernichtung zu unterstützen es bleibt jedoch fraglich ob er dies aus überzeugung oder aus opportunistischen gründen getan hat es gibt eine alternative und möglicherweise überzeugende erklärung für die gräueltaten die küchler letztendlich begangen hat wahrscheinlich haben seine erfahrungen der ostfront ihn grundlegend verändert als der krieg gegen die sowjet begann konnte küchler noch seine moralische integrität bewahren da die feinde des dritten reiches scheinbar wie kegel umfielen doch als die jahresgruppe nord die vorstädte leningrad erreichte änderte sich die situation drastisch hitler befohlen die stadt petersburg vom erdboden verschwinden zu lassen der krieg gegen die russen sollte ein blutbad werden und niemand machte sich illusionen darüber die truppen küchlers erlebten vor leningrad unvorstellbares leid sie sind nicht nur unter materiellen entbehrung insbesondere während der harten russischen winter sondern waren auch ständigen sowjetischen gegenangriffen und der bedrohung durch partisanen ausgesetzt die partisanen plünderten die nachschubbasen der deutschen wehrmacht und über vielen deutschen soldaten aus dem hinterhalt tag für tage wurde ihnen deutlicher dass die deutschen den krieg gegen die sowjets nicht mehr gewinnen konnten unter diesen umständen strapazierte küchler seine definition von angemessenem militärischen vorgehen und legitimen militärischen zielen in bedenklicher weise je verzweifelter seine lage wurde desto schwieriger fand es küchler sich an die moralischen wertmaßstäbe zu halten die zu beginn des krieges für ihn selbstverständlich waren es ist tragisch zu sehen dass er das potenzial hatte sich zu einem menschen zu entwickeln der seine eigenen sittlichen grenzen definierte anstatt sie von der nsdap vorschreiben zu lassen doch letztendlich war küchlers moral opportunistisch erhielt sich an moralische prinzipien solange es wenig oder keine anstrengung erforderte aber trat nicht selbstbewusst dafür ein nach seiner entlassung im jahre 1944 erhielt küchler eine einladung von karl gödeler und johannes popitz sich der verschwörung gegen hitler anzuschließen küchlers antwort war interessant und gibt einblicke in sein denken und seine prioritäten obwohl er die haltung von gödeler und popitz bewunderte war er letztendlich nicht bereit sich ihnen anzuschließen diese entscheidung kann als klug angesehen werden angesichts des späteren schicksals der verschwörer aber sie ist kaum vorbildlich ihr könnt den kanal jetzt unterstützen als kanalmitglied für 1,99 oder als wachhafts freund für 4,99 oder als wachhafts förderer für 9,99 natürlich hat jede stufe seine goodies und ich würde mich freuen wenn der ein oder andere von euch den weg dahin findet vielen dank schicksal